Kapitel 53 D.A. Treffen Teil 1 Am Abend saß Harry und Cerberus wie so oft zusammen auf einem der Sofas und nun wollte der Lehrer endlich wissen, was sein Mann und dessen Freunde ausgeheckt hatten. Lustigerweise brauchte es allerdings nur einen fragenden Blick, der von Harry natürlich richtig gedeutet wurde. Du willst wissen, um was es heute bei unserem Treffen ging? Natürlich. Ohne ein Wort holte Harry eine Ausgabe von Klitterer und seine D.A. Münze heraus und überreichte beides seinem Mann. Der betrachtete erst einmal die Münze. D.A.? Dumbledores Armee. Bitte? Das Ministerium denkt, Dumbledore will sich eine Armee aufbauen. Also dachten wir uns, wir gründen eine. Wie bitte? Jetzt schau mich nicht so an. Das ist natürlich nur ein Witz. Kein Witz ist allerdings, dass unsere Verteidigungsstunden das letzte sind. Deswegen sind Luna und die anderen auf mich zugekommen und haben mich um Unterricht gebeten. Überraschenderweise war auch Leon darunter. Und du hast zugesagt? Nachdem ich mich am Anfang gesträubt habe, ja, auch wenn ich es hasse, im Mittelpunkt zu stehen und es mich schon vor dem Unterricht graut, aber die anderen haben recht. Durch meine Begegnung mit Riddle und das Turnier letztes Jahr habe ich die meiste Erfahrung in dem Bereich. Auch bin ich der Einzige, der ein Patronus erschaffen kann. Deswegen habe ich mich breitschlagen lassen. Und heute habt ihr mit dem Unterricht begonnen? Nein, heute war nur das erste Treffen. Ich habe die anderen gebeten, die Jüngeren zu informieren und wir haben einen Plan ausgearbeitet, wie und wo wir uns treffen können. Ohne dass Dolores Schreckgespenst Umbridge was mitbekommt. Von ihren Spionen mal ganz abgesehen. Sind Schlangen dabei? Natürlich. Du weißt, was ich von den Häuserrivalitäten halte. Stimmt. Und was hat der Kletterer mit dem Ganzen zu tun? Harry platzierte die Münze auf dem Logo und schon gab die Zeitschrift ihre Geheimnisse preis. Severus staunte nicht schlecht, als er sich alles durchgelesen hatte. Da habt ihr euch ja einiges vorgenommen. Und du glaubst wirklich, Mr. Weasley versteht etwas von Strategie? Hast du schon mal mit ihm Schach gespielt? Nicht mal Hermine oder Remus haben eine Chance gegen ihn. Interessant. Allerdings bin ich froh, dass ich bei dem Training mit den Besen nicht dabei bin. Ich glaube, niemand wäre begeistert davon, wenn ich mich ständig übergeben müsste. Genau deswegen würde dir so ein Training auch nicht schaden. So viel ich weiß, hilft dir der Trank, den ich gebraut habe doch, oder? Hm. Harry fing an zu kichern. Ja, das war eindeutig ein rotes Tuch für seinen Angetrauten. Danach erklärte er Severus noch genau, wie die Münze und die Aktualisierung des Kletterers funktionierten. Miss Granger hat wirklich einige gemeine Ideen. Pickelfluch. Was Schlimmeres gibt es für einen Jugendlichen ja wohl kaum. Stimmt. Allerdings habe ich diesen Zauber heimlich umgeändert. Inwiefern und warum? Du hast gesagt, Umbridge wollte Veritaserum von dir. Ich gehe mal davon aus, dass sie es an ihren Schülern verwenden will. Also habe ich den Zauber von Hermine so umgewandelt, dass zwar weiter der Pickelfluch wirkt, aber nur, wenn der Betreffende uns unter Zwang verrät. Also, wenn er durch den Trank gezwungen ist, die Wahrheit zu sagen. Er wirkt bei jeder Art von Zwang, egal ob magisch oder nicht. Wenn uns allerdings jemand freiwillig verrät, sieht er so aus, als würde er unter Drachenpocken leiden. Das klingt unappetitlich. Und warum hast du das heimlich getan und es den anderen nicht gesagt? Weil die Gefahr besteht, dass Umbridge das herausfinden würde. Und das will ich nicht. Wenn auf einmal Kinder mit einem Pickelfluch herumrennen, liefert sich die pinke Gefahr selbst ans Messer. Und wir werden sie vielleicht noch vor Ende des Jahres los. Der Hut hat recht. Du gehörst nach Slytherin. Mag sein. Aber vergiss nicht. Hüte dich vor Katzen, die nachtragend sind. Wie zur Verdeutlichung zuckten die Ohren des Jungen und sein Schweif peitschte. Um das Veritaserum musst du dir allerdings keine Sorgen machen. Ich habe dir ja schon gesagt, dass sie ein Placebo bekommen hat. Ich weiß, aber es gibt viele Methoden, jemanden zum Reden zu bringen. Auch wahr. Severus konnte einfach nicht anders. Als er seinen Mann so voller Vertrauen vor sich sah, zog er ihn auf seinen Schoß und verwickelte ihn in einen Kuss. Während Harry in den Kuss gefangen war, spürte er auf einmal eine Hand, die über seine Brust wanderte. Die andere hielt seine Hüfte umschlungen und zogen ihn noch näher. Atemlos unterbrach Harry den Kuss. Seth, lass dich einfach fallen. Noch einmal blickte der junge Kater in die dunklen Augen seines Gegenübers und ließ sich dann wieder küssen. Severus war bei dem Blick seines Kleinen kurz der Atem stehen geblieben. Harrys Augen hatten geleuchtet und das nicht im übertragenen Sinne. Wieder ließ Severus seine Hand über den Oberkörper von Harry wandern. Als er dann am Hosenbund angekommen war, zog er das Hemd aus der Hose und glitt mit der Hand darunter. Harry meinte regelrecht zu zergehen, als er die Hand auf seiner nackten Haut spürte. Severus fuhr all seine Konturen nach. Besonders vorsichtig war er bei den Narben, die sich über Harrys linke Seite zogen. Dann wanderte die freche Hand zu seiner Brust und stimulierte die Knospen. Als Severus merkte, dass sein Mann nicht mehr lange durchhalten würde, zog er seine Hand zurück. Während sie sich weiter küssten, strich Severus über Harrys Rücken, bis dieser sich wieder beruhigt hatte. Allerdings hatte der Tränkemeister keinesfalls vor, schon aufzuhören. Er wollte seinen Kleinen etwas Gutes tun, also schickte er seine Hand wieder auf Wanderschaft. Harry zog scharf die Luft ein, als er Seves Hand an seiner Hose spürte. Und als sie dann nicht stoppte, sondern ihn durch den Stoff stimulierte, musste er den Kuss wieder unterbrechen. Seth, was machst du? Dir helfen zu entspannen. Außerdem weiß ich genau, dass du nicht auf mein Rat gehört hast. Du hast dir bis jetzt noch keine Erleichterung verschafft. Das war mir peinlich. Das muss es nicht. Lass dich einfach fallen. Und das tat Harry. Er krallte sich an Severus fest und genoss einfach die Hand auf seinen Penis. Auch wenn sein Mann ihn nur durch die Hose berührte, war das Gefühl einfach unbeschreiblich. Langsam konnte er verstehen, warum die anderen Jungs immer so ein Geschrei darum gemacht hatten. Wieder wurde er von Seth in einen Kuss gezogen. Lange hielt er allerdings nicht durch, dann musste er sich von den wunderbaren Lippen trennen, um Luft in die Lungen zu bekommen. Sein Atem wurde immer abgehackter und nach einigen weiteren Augenblicken kam er mit einem heftigen Schrei. Nur langsam erholte er sich wieder. Severus nutzte die Zeit, die sein Mann brauchte, um diesen mit einem schnellen Zauber zu reinigen. Außerdem musste er sich selbst wieder beruhigen. Zu sehen, wie sein Kleiner sich von seinen Gefühlen überwältigen ließ, war einfach unglaublich erregend. Mit einem verklärten Blick sah Harry zu seinem Mann. Danke, das war... Wow. Freut mich, wenn es dir gefallen hat. Das hat es. Aber was ist mit dir? Ich bin im Moment nicht wichtig. Schau nicht so. Ich wollte dich einfach verwöhnen, da dachte ich nicht an mich. Aber... Aber das... Nächste Mal. Severus musste über die Verlegenheit Harry schmunzeln. Ja, das nächste Mal. Es war soweit. Das erste Treffen der DA würde in wenigen Minuten beginnen. Da die Gruppe doch sehr groß war, hatte Harry Fawkes gebeten, einige Schüler zu holen. Und jetzt tauchten immer mehr aus den Flammensäulen auf oder kamen, ganz langweilig, wie Dean gesagt hatte, durch die Tür. Während sie warteten, präparierte Harry den Raum seiner Wünsche entsprechend. Da gab es einen Trainingsbereich, der mit weichen Matten und gepolsterten Wänden versehen war, um mögliche Verletzungen vorzubeugen. Weiterhin gab es eine Bibliothek, um neue Zauber nachzuschlagen, Heilzauber zu lernen oder sich in Strategie unterweisen zu lassen. Von der Bibliotheke ging eine Tür zu einem Außenbereich, der mit Besen vollgestellt war. Alle waren besonders davon beeindruckt, da es wirklich so aussah, als würden sie unter freiem Himmel fliegen. Endlich waren auch die Letzten angekommen. Bevor Harry aber zu einer Begrüßung ansetzen konnte, hatte er plötzlich einen kleinen Jungen an sich hängen. »Danke, danke, danke!« Der Junge schluchzte heftig, während er sich immer wieder bei den Katzenjungen bedankte. Verwirrt legte Harry seine Hände um das aufgelöste Kind und stupste ihn nach einiger Zeit auch mit seinem Schweif an. »Das ist Puck Grantail!«, kam es erklärend von Millicent. Verstehen breitete sich auf den Gesichtern der Schüler aus. Langsam beruhigte sich der Junge auch wieder. Mit großen Augen sah er zu Harry auf. »Ohne dich und Professor Snape wäre meine kleine Schwester die nächste gewesen.« Was er mit »die nächste« meinte, brauchte er nicht zu sagen. Jeder zog scharf die Luft ein und die Kinder der Bruderschaft nickten. »Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Ich habe auch schon zu Severus gesagt, es war richtiges Glück, dass dein Vater uns diese Einladung geschickt hat. Oh, entschuldige, ich meine dein Erzeuger.« Erstaunlicherweise hatte diese Bezeichnung eine auflockende Wirkung. Puck sah nun etwas gelöster aus. »Ach ja, ist es Absicht, dass du nach dem frechen Faun benannt wurdest?« Puck nickte grinsend. »Dann ist ja gut.« »So, ich möchte alle herzlich zum ersten DA-Treffen begrüßen. Ich freue mich, dass so viele von euch daran teilnehmen. Bevor wir mit dem Unterricht anfangen, ein paar organisatorische Sachen. »Merlin, ich klinge ja wirklich schon wie ein Lehrer.« Egal. Als erstes, ihr habt sicher den bescheuerten Aushang von Miss Pinkpest gelesen. Zustimmendes Murren war im Raum zu hören. Seit heute Mittag war es verboten, größere Gruppen zu bilden. Mehr als sieben, also eine Quidditch-Mannschaft, auf einmal war verboten. Auch durften sich nie mehr als vier Personen aus verschiedenen Häusern zusammentun. Ausgenommen waren natürlich die Schüler, die für Umbridge arbeiteten. Diese Regelung hatte nicht nur bei den Schülern zu heftigem Protest geführt. Auch die Lehrer waren alles andere als begeistert. Vor allem, weil dadurch auch die Häuserrivalitäten gefördert wurden. Aus Rache waren wieder sämtliche Geister auf die Untersekretärin losgegangen. Aber diesmal hatten sie auch vor den korrumpierten Schülern nicht Halt gemacht. Peeves hatte einigen sogar die Verwandlungstrops der Zwillinge und das Essen gemischt. Mit dem Ergebnis, dass es in der großen Halle von Tieren der unterschiedlichsten Art gewimmelt hatte. Ruhig, ich verstehe euch ja. Also, um uns weiter ohne Probleme treffen zu können, haben wir beschlossen, dass die Jüngeren von euch via Phönix hierher kommen. Fox hat dem schon zugestimmt. Sorgt bitte nur dafür, dass euch keiner sieht. Die Älteren von euch kommen auf andere Art und das ist auch gleich die heutige Aufgabe. Alle ab der fünften Klasse suchen sich in der Bibliothek hier einen Zauber, der unsichtbar macht. Den werdet ihr auch gleich üben. Er muss absolut sitzen, also ist höchste Konzentration gefragt. Vergesst aber nicht den Zauber, der euch wieder sichtbar macht, sonst haben wir ein Problem. Die Jüngeren Schüler werde ich übernehmen und kontrollieren, wie viel jeder von euch in Verteidigung gelernt hat. Danach werden wir einen Plan ausarbeiten, wie jeder Einzelne zu unterrichten ist. Fred, schau nicht so, die Älteren kommen auch noch dran. Okay, bevor wir anfangen, einige ganz wichtige Dinge. Ihr habt alle den Klitterer bekommen und wisst, wie er funktioniert. Aber bitte tragt ihn nicht nur mit euch herum, lest ihn auch. Wenn euch jemand nach dem Inhalt fragt und ihr könnt keine Auskunft geben, dann könnt ihr euch gleich das Wort Verschwörung auf die Stirn tätowieren lassen. Außerdem hat unsere Lieblingslehrerin von Severus Veritaserum verlangt. Keine Angst, sie bekommt kein echtes, aber ihr wisst sicher, was das bedeutet. Früher oder später wird sie versuchen, uns das Zeug trinken zu lassen. Das könnt ihr ruhig tun. Aber der Erste, der von Umbridge zu einem Gespräch gebeten wird, sollte uns andere darüber informieren. Dazu müsst ihr nur eine Nachricht auf die Münze schreiben. Sie wird dann auf die Seite 10 im Klitterer übertragen. Wenn ihr euch unbedingt treffen müsst, dann bitte bei Firenze. Er weiß Bescheid und ist auf unserer Seite. Eine andere Möglichkeit ist auch noch Hagrid, das aber bitte nur am äußersten Notfall. Hagrid ist zwar toll und ich würde ihm mein Leben anvertrauen, allerdings keine Geheimnisse. Was ist mit Professor Snape? Können wir uns auch bei ihm treffen? Von überall sahen ihn fragende Gesichter an. Nein, das ist keine gute Idee. Umbridge versucht alles, um die Lehrer und besonders meinen Mann in Misskredit zu bringen. Das müssen wir verhindern. Firenze und Hagrid kann sie nicht rausschmeißen, weil Ersterer bereits der Nachfolger von einer anderen Lehrerin ist und auch etwas von seinem Fach versteht. Und Hagrid ist für die späterwachten Zauberer ein viel zu guter Lehrer. Es würde zu viel Aufsehen erregen, wenn sie ihn kündigt. Also, wenn alles soweit geklärt ist, dann fangen wir an.